Prinz Laurent ist laut eigener Aussage fertig mit Belgien und möchte nach Italien auswandern. Prinz Laurent will mit Prinzessin Claire nach Italien auswandern. Prinz Laurent hat genug von Belgien. Schon länger spielt der Bruder von König Philipp mit dem Gedanken, auszuwandern. Der 60-Jährige hat nun verkündet, mit seiner Ehefrau, Prinzessin Claire, nach Italien zu gehen. Dabei handelt es sich um das Geburtsland seiner Mutter. Ich habe nicht vor, für immer auf der Erde zu bleiben. Ich möchte meine Träume wahr werden lassen und bin hier in Belgien fertig, sagte der Sohn von König Albert und Königin Paula dem französischen Magazin, Sudinfo. Prinz Laurent ist es so ernst mit seinen Plänen, dass er sogar die belgisch-italienische Staatsbürgerschaft beantragt hat. Ich denke, es wird reibungslos gehen, weil ich bereits ein Haus in Italien habe, so der dreifache Vater. Er hat ein Haus auf der Insel Panarea, südlich von Sizilien. Doch das Inselleben reizt ihn nicht. Prinz Laurent möchte in Rom oder Mailand leben. Der Zeitpunkt für ein neues Leben scheint ideal. Schließlich sind seine drei Kinder inzwischen aus dem Haus. Prinzessin Luise studiert in Maastricht, Zwillinge Prinz Nikolas und Prinz Aymeric haben gerade ihre militärische Ausbildung angefangen. Bruder von König Philipp kritisiert die Monarchie. Aber nicht nur über seine Auwanderungspläne spricht Prinz Laurent. In dem Interview kritisiert der Bruder von König Philipp auch die Monarchie. Was ich nicht verstehe, ist, dass die Gesellschaft immer eine solche Figur über der Gesellschaft haben sollte. Einen Präsidenten, einen Premierminister, einen König. Warum können wir nicht einfach zusammenleben und uns ergänzen, wundert sich Prinz Laurent. Er selbst habe kein Interesse mehr daran, eine Rolle im Königshaus zu spielen. Ich habe beschlossen, ein anderes Leben zu führen, und ich bitte darum, von meinen Verpflichtungen befreit zu werden, erklärte die Nummer 14 der Thronfolge. Durch den Umzug verliert Prinz Laurent zwar seine Apanage, doch die sei eh nie hoch gewesen, so der Royal.